Aber das Haus ist schon cool, ne? Also die Gäste. Auf jeden Fall. Sie werden es nicht schaffen. Wie am letzten Mal, als Sie sie retten wollten. Verdammt! Sie kriegen mich nicht klein! Ich frage mich gerade ihn, wie wollte mir hier ein Flammenwerfer jetzt helfen? Ich denke eher, gar nicht. Ach, die Kacke. Wer sieht mich da? Scheiße! Scheiße! Nee! Lies mich nicht! Ich schieße in die Augen raus! Nee! Oh, kann doch nicht sein! Nein, 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 nein! Ich fasse es nicht, ey! Scheiße! Die werfen mit Lava oder so. Oh, ihr schwachge Becken. Ja, ich fange an. Ich fange an. Ich fange an. untersuchen was hat er denn da jetzt untersucht sagte mir nicht das könnte auch mal ein geheimnis für sich behalten oh der dinger kann man wirklich schießen diese kältebehälter ja natürlich wieder zu spät gesehen wie das immer so ist ja 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 das geht ganz gut ich gehe ich da rein oder nicht ja 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 Upsi Denken wir, man hätte was gutes getan Schon hat man auch was schlechtes getan Oh, okay 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 wo ist denn jetzt eben irgendwas aufgegangen wo ich jetzt gerne hin oder geht der treppe hoch okay ich glaube ich muss die waffe wechseln richtig tolle munition habe ich gerade nicht mehr haben wir auch nicht mehr doch aber ich denke mir immer das so feuerfiecher nur schlecht wirken warum will jeder juni kontrollieren ist es nicht mal real ist ich helfe einem arschloch in arschlöcher wie die zu übernehmen sind sie verrückter als gedacht in den typisch ankommen ich habe nur noch meine piste oder arbeiten hier ja Oh, come on. Na klar, na klar. Hallo, da oben ist doch... Ah, da muss ich bestimmt nur gegen schießen. Ach, so einfach ist das. Mal eben einen Test machen. Oh, man wusste es. Ne, mit Flammenwerfer beeindruckst du die Goethe überhaupt nicht hier. Ne, ich will an den Flammenwerfer. Ach, hier stand doch wieder so ein Ding, was man zum... Ah, aber da kommt auch noch einer. Komm her, komm her, komm her, Blutmann. Ah, toll. Falschen erwischt. Egal. Oh, der war schön eingefroren. Ja. Oh, Heldenpose. Hahaha. Hahaha. Hallo, ich bräuchte nochmal so ein Gefrierpaket. Ey, wo kommt der denn näher? Oh, 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 oh. Scheiße, mir geht's nicht gut. Oh, 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 oh. irgendwo beobachtet mich hier schon wieder einer stalker hier ja toll jetzt habe ich jeden jetzt habe ich das hier zugemacht wofür vielleicht vorher machen sollen das damit auch noch den letzten schuss von der pistole da irgendwie versammelt das kann doch passieren 20 schuss haben wir noch plus flammenwürfer das ist nicht viel ja Nee, nicht wirklich. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Scheiße, 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 scheiße. Wo hab ich ne Flamme gehangen? Und da nicht. Scheiße. Ich hab die Waffen gezogen. Was? Ach so, wie war es, wie so ein Rondell in der Waffenauswahl. Das eine nach dem anderen. Ne, die nicht, die nicht. Ne, ja. Falsche Waffe. Oh, die nächste. Oh, die nächste. Wie geil. Oh, die nächste. Das können Sie sich abschminken, mein Freund. Mein Freund sagt er zu Ihnen. Oh, hier kommt noch mal ein Spiegel. Ich glaube, den sollten wir nutzen. Ja, das ist glaube ich auch. So, ich brauche Schrot-Munition. Aber das wäre ja eigentlich jetzt ein guter Punkt, ne? Dann hätten wir, wenn ich jetzt eben das als Pause für eine Folge, dann müssten wir noch 10 Minuten machen. damit wir keine 20-Minuten-Folge haben, sondern eine 30-Minuten-Folge. Okay, das war jetzt alles, was ich an dem Munition machen konnte. Das war nicht befriedigt. Aber schmutzig immer noch. Das ist drei Stück. Ich denke, jetzt sind wir ja wahrscheinlich genau bei dem Typen. Jetzt kommt wahrscheinlich der Boss-Kampf. Und dann sind wir dort vor Ort und fertig. Ich fürchte, ich bin jetzt schon fertig. Oh, der Aufzug ist ja auch sehr vertrauenssinnig. Ich verstehe im Moment nichts mehr. Ich komme wieder, bis einer von uns tot ist. Dann kommen Sie. Möge das Gemütze beginnen. Ähm, möge das Gemütze beginnen. Ähm. Ähm. Schön, dass ich hier noch ein paar Sachen sammeln kann, die wir zwar alles am nächsten sind. Ähm, wieso schwenkst du da runter? Das habe ich dir nicht gesagt, Junge. Ah, okay. Muss ich wohl. Spreisbar. 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 Aber natürlich, sie sind Künstler, Stefano. Das respektiere ich. Aber erst brauche ich das Männchen. Ähm. Wieso guckt er so komisch nach unten? Ich meine, gut, ich würde in der Suppe auch nach unten gucken. aber ich gehe mal besser wieder rauf, bevor da noch ein Hai kommt oder? Ja, genau. Da liegt hier nichts mehr. Ich hätte so gerne noch irgendwas gesammelt. Ganz viel Munition. Der Showdown. Wenn Sie die Verzweiflung kosten möchten, können Sie das gerne tun. Oh nein. Das ist nicht nett, wenn der Lely dazu holt. Jetzt geht das wieder los. Oh, jetzt geht er auf sie zu. Okay. Neue Taktik. Alles okay, Süße. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich habe dich so lieb, Lely. So war es. Und so wird es immer sein. Oh Gott. Ja, guck mal. Kein Feuer mehr unter den Füßchen. Sie haben einiges von Ihrer Schuld und Ihrem Schmerz überwunden. Aber die Traumata Ihrer Vergangenheit reichen tief. Ich weiß alles über Sie. Weiß was unter der Oberfläche liegt. Oh. Sie schöpfen aus einem tiefen Brunnen der Angst. Sie haben viele Schrecken erlebt. Und Sie werden von Ihnen verfolgt. Erinnern Sie sich, wo es begann. Erinnern Sie sich an Beacon. Jetzt keine Angst zeigen, Junge. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Das hört sich nicht gut an. Ach du Scheiße. Da war aber was los. Ja. Das ist die Fucht. Äh. Das ist doch nicht wahr. Alter. Oh je. Ketten-Sägen-Massaker. Ja. Live dabei. Okay, zweiter Versuch. Wie war das mit dem Mantel aus, bitte? Oh, 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 oh. Oh, ich. Jo, 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 jo. Oh. Action painting. Was kommt jetzt wieder? Was kommt jetzt wieder? Äh, ja, das war klar. Ich hab diese Scheiße satt. Oh, okay. Hä? Wo ist er hin? Oh nein. Oh, boah, ich bin sehr schockt. Ich wusste es nicht. Oh, coole Socke, ey. Aber hallo. So würde mich das aufhalten. Sie hat sich jetzt erwischt. Super, ich hab vorweigeben, ich hab das Messer wieder aufgehalten. Super. Oh, da muss ich doch... Oh, würde ich erst mal aber echt schockt machen, meine Kraft. Oh, mein Gott, ey. Oh nein, pass auf. Oh nein, was ist hier los? Oh nein, was ist hier los? Oh nein, was ist hier los? Was ist hier los? Oh nein, was ist hier los? Oh, überhaupt kein Psycho, ey. Oh, nö. Was geht hier ab, ey? Oh. Ihh, ja, guck noch schon da rein. Mmh. Goll. ups was denn nun ich auch hallo ach du scheiße genau wo wo kann ich denn hin wo kann ich hin kann ich irgendwohin oh nein oh ja der ist auch gesund der ist auch gesund schick schick er sieht dich auf jeden fall da fällt er auch schon tot um was denn jetzt los der typ hat gerade eine bildstörung da steht schon wieder irgendwann auf ach da kommen mehr auf an der sorde ja damit so ein fleischklopfer 1 über die rüber gekriegt hast da weiß man es war achte höher 2004 0 euro Ohohoho... Ach nee, nicht wirklich, komm. Guckt euch jetzt das Klöpfchen da raus. Häh? Uh. Uah! Jeze! Oh nein, die ist schon wieder... Oh nein! Ueh! Wie sieht die hier aus? Scheiße, ist noch Klammer verheizt? Aaaaaaah! Richtig! Oh nein, scheiße! Heiliger! Ah, wir sind da auch Schock-Munikation! Komm! Ah, komm her! Aaaaah! Wieso ist das? Ooooooh! Viel zu nah! Viel zu nah! Boah! Boah! Was sind Sie? Was haben Sie sonst noch zu bieten? Guck mal, Hanale, Hanale! Jawoll! Obwohl... Was ist das? Oh! 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 Sie muss in Sicherheit bleiben! Oh! Ich beschütze Sie vor jedem, der Sie mir wegnehmen will! Na nü, wer war das denn? Du hast es geschafft! Er ist tot! Ach! Oh! 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 Nein, 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 nein! Bitte aufpassen! Und jetzt doch geholfen! Oh! Mein Gott, was ist das hier für eine Szene gerade? Das war alles nicht wahr. Mein Gott. Alter. Lili ist jetzt sicher. Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Wie kann das? Was? Eieieieiei. Was ist das da rein? Ich dachte einfach, warum ich so eine Szene raus habe. Was hat sie denn? Ist ein bisschen ausgekühlt, glaube ich. Ich befürchte, Augen hat die auch keine mehr. Ja. Irgendwie. Was hat er jetzt Kacke gesagt? Das würde mich nicht wundern, nachdem er eben Fick dich gesagt hat, ist das ja wohl auch relativ harmlos. Okay, ich glaube ich kann raus hier. Ach, da ist dieser komische Schleimscher, oder? Ja. Was? Das ist jetzt natürlich echt fies, ey. Ja. Von diesem Ort ist fast nichts mehr übrig. Was hast du vor, Myra? Kapitel 15, das Ende dieser Welt. Ja, dankeschön. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Tja. Wow. Unfassbar. Mein Gott, was ging da ab, ey? Davon wusste man sich aber auch jetzt mal mental erholen. Ja. Puh. Jetzt wäre so der Moment, wo ich... Oder was? Wo ich mal was zum Speichern da... Das ist ja lustig, ich kann dir nicht mehr sagen. Ich glaube fast, das macht bestimmt Sinn, dass ich die Tüten hier alle mache. Die ist ja in Wirklichkeit gar nicht dicht, aber... What kaputt is, is kaputt, sag ich mir immer. Genau. Verdammt, Myra, wo bist du nur? Ups. Ist natürlich froh, wenn jetzt diese Statuen irgendwelche Typen wären, die eigentlich freundlich sind. Ja, da habe ich ehrlich gesagt gerade schon dran gedacht. Weil eigentlich sehen die ja nicht monstermäßig aus, sondern eher nach Disney, oder? Ja, ne? Dumm gelaufen. Hahaha. Boah, die musst du bestimmt nachher am Ende schritten, aber bestimmt jetzt die alle retten. Ja, genau. Gib Punkt ab, suche eine B-Note. Was ist das? Was ist das? Hahaha. Oh, wei, wei. Äh, Myra. 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 Es ist vorbei. Holen wir Lily und verschwinden wir, bevor wir für immer hier festsitzen. Oh, so ist das durchspringt. Ich weiß nicht, was ich von Myra halten soll. Bitte. Ja, ich nicht viel. Ich weiß, du bist noch da drin. Ja gut, die versucht halt ihre Tochter zu beschützen. Au, 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 au. Hör auf! Oh, oh. Verdammt, du musst mir zuhören. Oh, oh. 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 Ich kann nicht. Ich muss Lilly beschützen. Das hast du schon, Myra. Stefano kann ihr nichts antun. Und Theodore auch nicht. Sie sind tot. Ja. Gut. Oh, Mann, 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 Mann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich geh, Sebastian, sofort. Verschwinde. Nein, ich lasse dich und Lilly hier nicht zurück. Myra! Scheiße! Was hat sie nur vor? Tja. Folge Myra durch die Überreste von Union Wing. Dann sagt man so, okay, bevor ich das mache, gehen wir nun in den Spiegel und speichern ab. Und nach dieser überextremen, extrematischen Folge. Also das war wirklich fast eine mit der krassen Dinger, ey. Absolut. Ja, haben wir uns jetzt alle mal für jetzt eine Pause verdient und dann können wir wieder frisch in die nächste Folge reingehen beim nächsten Mal. Genau, einmal durchatmen. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.